Ich habe der eine oder andere sogar mitgekriegt, ich erkläre es einfach so lange seine In-Ears verkabelt. Der Janis Störck hat sogar schon eine Audition gemeistert, also ein Vorspiel bei ihrer Band in der Nähe von Augsburg. Das war die Band der Green Teams mit der Sitzung um den ummen Sänger von The White of Kids. Wurde da gecastet und habe das Casting geschafft und tourt jetzt glaube ich so langsam immer mal wieder so in der Nähe, hat schon drei, vier Gigs gehabt, kommen glaube ich auch noch mehr dazu, also er ist schon ein bisschen im Tour-Leben, genau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020